das erste mal pümmelpartner ist nicht nur auf ok enter 3 3 ich bin mir controller muss die würfel drücken ich muss ach so vier ich dachte warum war ich denn verwirrt hier war er dir den weg über das berlin hat so welche gefallen ein halbgebild was er ist da rein hier übrigens dieser diese dieser goldene weg zeigt immer den besten Weg zur Kiste um zu den Sternen Kisten wir brauchen fünf Pokale wie lange wollen wir denn hier dran sitzen zwei Stunden oder was über nur 15 Runden davon hau jetzt doch rein mit oder ich steff an das dann gibt sie keinen chat er muss drücken ich kann nicht drücken funktioniert wenn du nicht wo bitte sagt mir dass ich jetzt obwohl ich das mit maus gerade gemacht hat das immer noch mit kontrolle steuern kann man doch wieder sechs dann musst du die kisten aufmachen und was bringt blut hast du hast ja 30 leben noch wenn du stirbst verlierst du alle deine schlüssel und das ist scheiße kacke wo bin ich denn ich habe gebaut war du guck mal bei mir ich habe bimbel gebaut ich habe ein ganzes haus hier oben ach ich halte das schnell easy fuck easy scheiße das kann nicht wahr sein nein ja fertig wow baby ach man ja man ich auch nicht sein damals ich musste noch 명 manchmal ich gewoll denn Count Ich bin der Einzige der gefinisht ist. Ne, ich. Hä? Ich hab mein erstes. Puh! Arcade! Ja, Malwe! Yeah! Jetzt machen wir hier. Das wäre jetzt ein knackiger neun! Knackige 3! So, was machen wir jetzt bei eines? Schaurige Stacheln. Oh nein, das ist schlimm! Schreiche den Stacheln aus, dann sprichst du dich dupst und dann das letzte verbündete spiel das mit. Ah! Das Ding ist so dumm, 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 dumm. Und dumm. Da muss ich dumm. Boah! Ei, 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 ei. Junge, was? Stefan, der skriptet doch. Guck dir das mal an. Der skriptet. Oh Leute, ich war der gar nicht! Ich hab die ganze Zeit falsch geguckt. Guck mal! Ficken! Ich war ja grün! Oh ne! Ich Idiot! Mann, Alter! Ich hab halt einfach... Ein mit dem Gegenstand machen... Ach, scheiß drauf! Oh! Hallo Moin! Ist ja schlecht! Oh! Wuuu! Baby! Tschüss! Oh Mensch! Und wieder Schlüssel und Leben verloren. Öffnen! Das war die beste Arcade ever! Mmh! LOL! Okay! Scheiße! Ja, wurde mir auch angezeigt. Ja, wurde mir auch angezeigt. Also ich bin nicht der Haar. Nee, du bist auch nicht der Haar. Stefan ist der Haar. Ich bin der Haar. Steck dich und merke dir deine Position. Wo bin ich denn? Ich weiß, wo ich denn. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Leuchtfeuer? Scheiße! Nein! Ah! Du Arschloch! Äh... Das ist halt schwierig. Das... Das ist... Hier Wichser. Du bist tot. Kann ich wahr sein, nein. Ah! Ja, da wird's tot. Ah, Junge! Ich muss mit meinen Magneten aber richtig schön reingesaftig da rein... Oh, ich hab einfach nichts! Oh! Ich hab mich versenkt. Ah, das ist aber schwammig! Das ist aber schwammig! Das ist aber schwammig! Nein! Alter, der eine hat einfach sieben Pool rein. Der rote ist richtig krass, ey! Jawoll! Ah! Alter, der rote, ey! Alter, ist das schwer! Ja, passiert! Hahaha! Hahaha! Mal gut, dass du das Geschenk nicht geöffnet hast! Hahaha! Oh, ich muss jetzt erster werden! Okay, 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 okay! IC, IC! Okay, ich bin grün! Ich bin grün! Was? Oh! Owww! Was ist das denn für die Steuerung! Da muss ich aber komplett los! Oh Gott, ich hab noch kein Leben verloren What? You spin me right round, baby, right round When you go down, when you go down Ja, Mann, ich leb noch Kann nicht sein, ey Da muss ich sagen, da war die Steuerung mit Tastatur jetzt grad echt scheiße Da hast du vielleicht mit Kontrollnade oder ein bisschen Vorteil Kacke Ja, ich glaub ich auch Du siehst grad super wendig aus, bei mir war das unfassbar clunky Ja, 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 Mann, woo, baby Ich bin schon wieder dritter, ich bin die ganze Zeit dritter, ja So Baby Jawohl Ah, sehr schön Da hab ich aber auch grad ein bisschen Lack Oh, ich wurde Instinct getötet, ist ja schön Jetzt spiel ich ohne Waffe Scheiße, Alter, ich muss das mit Maus und Tastatur spielen, ey Oh, Leute, man hat nur einen Schuss Einen Schuss hast du, genau Ja Oh nein, du Puh Das ist eigentlich fast gefickt, da Scheiße Scheiße Ah, Stefan wieder geht gefickt Ich hab dich gerade mit der Absicht nicht gekält, ne, jetzt machst du den einfach Ja Ich hab auch komplett los Fuck, und Mann Ja Wer hat gewonnen Hey Zweiter Warum kriegen wir gleich viel, ach so, weil wir beide zweiter sind Ja Ich, kann ich jetzt eigentlich Also von mir kannst du nicht viel Schlüssel klauen, ne, das bringt nicht viel Ja eigentlich nicht, ne Das, das bringt halt wirklich nichts, du kannst mir aber killen, glaub ich Muss direkt auf mich ziehen Ich weiß aber nicht, ob's durch Wände gehen, ne, das kann ich dir nicht sagen Das werden wir jetzt gleich herausfinden, übrigens Nö Nö, okay Hahahaha Und dass wir das herausgefunden haben Warum fang ich denn oben wieder an? Hahaha Bullshit Ich dachte, ich kann da so easy rauslaufen, ach man Bist sogar noch hier, ey Schmutz Emily, Junge Aber Emily, Stefano, Riccala, die heißen so voll generic, ne, irgendwie Boah, das ist doch mal Oh Gott Boah Was? Boom Nein, ich bin runter Fick, start Will nicht ins Wasser fällen Fahr, 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 fahr Nein, nein, nein Nein Fick Die Hände Ries mal die Camper da hinten runter Oh, jetzt Aber nicht sich selber Alter, was sind das denn für miese Hose Die Camper da hinten einfach nur Oh ja, Mann, du fick ihn, fick ihn, fick ihn Fick ihn, Mann Fick die Emily da hinten Emily Ich hab erstmal mit Stefan hier gerade eine Privatfehle, Alter Oh ja So, jetzt fick ich die da hinten Oh ja, komm, komm, komm Wiederschauen Und rein Ja Das ist der Manuel, den ich sehen möchte Was macht die Rakete? Die bringt dich, glaube ich, um 15 Felder nach vorne Aber das ist eigentlich immer useful, wenn du in der Nähe der Kiste bist Die explodiert, die macht halt Schaden, ne So, ich will jetzt nicht selber gespucken werden Nee, wirst du nicht, ich bin tot Schön Wie tief geht das denn? So tief Was der macht Wo ist dieser verkackte Schatz? Nein Oh, Mann Von neun Von neun Glaube ja Ist ja nix Wie viel ist das denn da unten? Wann dann gehen? Ich hab' ja auch nicht nach oben Alter Alter Das hat ja Spaß gemacht Ja, wenn du einmal um Ja, wenn du einmal um Du kommst ja gar nicht mehr um Na, wo ist das denn? Ich verstehe mich gerade nicht Dann kann natürlich auch umgehen Nee, Bruder Mach mal jetzt nicht Bitte nicht diesen Mach mal jetzt nicht irgendeine Scheiße Geh mal her, dein Scheiß Wuh Bollegag Oh mein Gott Du hast meine Rakete bekommen? Ich hab' deine Rakete bekommen Alter, was ist das denn für ein unfaire Scheiß Nein Ah Verdammt Trotze Oh ne Kann man's schon holen sollen, ne? Oh ne Scheiße, ich bin gestorben Oh Gott Wie auf LSD oder was? Ja Ich kann nicht auf dich töten Alter Es ist so ein Duppes Duppes Spiel, ey Oh mein Gott Alter Fick Einfach Du bin ich Da bin ich Wurde getötet Alter, ich wurde schon wieder getötet Ist das dumm? Das ist ja auch interaktiv Mein Gott Ich krieg Ich krieg gar keinen Ich bin schon wieder gestorben Ich bin unspawn gestorben Alter Ja Junge Du hast doch gar keinen Counterplay Das ist doch einfach nur random Ja, es ist halt auch einfach nur random Was ist das denn? Nein Oh Ich hab grad so gut gemacht hier Junge, ich spau'n so groß Ja, ich auch Guck mal Drei mal hintereinander Oh Mann Dieses Spiel ist so behindert Das ist ja cool Das ist ja cool Oh scheiße Das jetzt rücken Das jetzt rücken Einfach mal ignorieren rücken Ist so ein Lacker Ist nicht dein Ernst Oh mein Gott Jetzt einfach mal in die andere Richtung gehen Oh mein Gott ist er ein Lacker Ist er ein Lacker ey Okay, ich muss drauf achten Welcher Schneeball ich bin Nein 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 Ich bin da erstmal Ja, 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 ja Kann nicht sein, Alter Kann nicht sein, Leute Mit regnet einfach straight ab und abkulten Nee, nur Stefan, du Arsch Sag mal Ist er der eine Puschel oder was? Oh Ah, der hat sie mit Foto stoßen Sechs Sekunden noch, ne? gar nicht ich muss erster werden ich bin Fick ihn! Komm! Ja, bam, bam, bam! Ja, Mann! Aber ich bin der beste Spieler aller Zeiten. Wir müssen Stefan als erstes rauskriegen. Uuuh. Stefan ist der so alt Imperium? Ich hab Stefan raus! Ich bin auch raus. Jawoll! Das ist gut. Ich bin der Stuttgart. Nein, die brauchen wir Schlüssel noch. Oh Gott. ich krieg das ding nicht ich komme da eh nicht hin du idiot warum denn mich nein das wäre er muss emily ficken junge emily du arsch die hat 81 schlüssel bist du behindert stefan mann jetzt bin ich schon wieder da stefan ich schwöre dir dafür wirst du aber was passiert wenn ich auf den kopf kommt ja du willst eine kiste kriegen oder ja da kriegst du nur schaden du hast doch noch gut leben ja komm drücken wir das geschenk weißt du ob ich gerade richtig bock habe hier asiatisch irgendwie nudeln oder so du wärst jetzt der böse ricarda ist ja gut ich kann ja nichts ich kann emily ficken jetzt alle erster geworden außer ich will ich der einzige wenn der runter gefallen ist eine sekunde bevor es vorbei ja ich bleibe doch erster baby ich möchte mal erst mal gucken ich möchte mal schon oh mein gott Kann er, ist der. Oh oh. Nein! Hä? Lebt er noch? Ich lebe noch. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich hol den Sieg nach Hause, Bruder, ich hol den Sieg nach Hause! Mach es! Fick! Oh shit. Oh shit! Ja! 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 Nein! 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 Hau sie runter! Ja! Ja! Jawoll, sehr schön! Einfach nur gefickt! Sehr schön! Oh, zum Glück hat Emily den TP nicht bekommen. Alter, das ist aber eine Steuerung. Da muss ich aber los, so. Ich bin schon tot. Junge, Stefan will auch nur mich, so. Ich glaube, ich bin einfach mal der... Junge, ich komme mit dieser Steuerung. Alter, warum hat der denn Splash? Woher hast du Splash? Weiß ich nicht, habe ich, glaube ich, eingesammelt. Junge, ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Oh, ist das eine beschissene Steuerung. Maxi, lass mal einfach driften. Junge, Stefan. Der muss mich mal beruhigen. Scheiße. Scheiße. Das Spiel gar nicht. Ich habe null Punkte. Junge, ist das alles streng. Alter, fuck. Alter, geht das nur um den Last-Zill oder was? Scheiße. Was für eine Scheiße. Ich habe voll viel Damage gemacht hier. Manu, ich brezel dir da was rein. Weiß du? Kriegst du hier aber nicht. Hahaha. Oh, oh. Ja, null Punkte. Schön. Fall ich mit zweiter. Es geht wirklich nur um den Last-Zill. Das ist ja... Ja, ja, ja. Das ist ja interessant. Boah, ich will ja nicht mies sein. Ich könnte nicht jetzt killen, Manu, ne? Oh, warte mal. Jeder ist seines eigenen Vögel Schmied. Ich könnte dich jetzt halt killen, aber dann hast du halt keine Verfehle. Dann tut mir ein bisschen lang. Ach, ich bin doch nur weh. Das Spiel, also wäre ich gegen random. Das kann nicht ab. Ja, gut. Gewinnen wir, ich hätte das Geld mir sowieso nicht mehr. Oh, 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 oh. Was ist denn scheiße so? Komm schon. Nein! Warum denn denn zwei? Kann ich dir helfen. Der zuvorkommende Boy. Oh Gott im Himmel, ey. Warte mal, wenn man einmal getroffen wird, ist man auch sofort raus, oder? Kann ich sich blocken eigentlich? Oh, das ist mal, was ich festgestellt habe. Fuck! Mensch, letzter. Schade. Oh, Mann. Oh, die Hunde dauern aber auch lange. Mach nie. Oh. Das reicht, oder? Eins, zwei. Nein! Das reicht. Verdammt. Oh, nein! Jetzt muss ich mir wahrscheinlich mit dem ersten... Ne, doch nicht. Kann ich mir da jetzt was schmackhaftes holen? Schildlicher Boxhandschuh. Schildlicher Boxhandschuh. Reicht nicht. Scheiße. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn wegpacken. Oh, Mann. Schildlicher Boxhandschuh. Reicht nicht. Ja, egal. Ich benutze ihn trotzdem. Oh, Mann, ey. Geil, ey. Geil. 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 Wie geil das aussah, als diese Handschuhe da so zurückgekommen sind. Oh, ja, Junge, Stefan, der war richtig am Rasieren. Wie, was? Man kriegt jetzt Pokale noch dazu? Ja. Ich krieg definitiv keinen. Ja! Keinen für irgendetwas. Ja, dann kriegt Stefan garantiert einen. Ja, ja. Ich brauche jetzt noch einen, ansonsten dieses Gleichstand. Das ist scheiße. Ich bin letzter. Ich oder Ricarda. Ich oder Stefan. Ja, du. Als wenn! Bullshit! Ist aber für mich ein bisschen dumm. Was ist das denn? Never ever. Und das Ding ist, gleichzeitig haben sie ja auch die AD von den Items runtergesetzt. Infinity Edge gibt weniger, Bloodthirster gibt weniger, die haben halt wirklich gesagt, wenn wir neue Items machen, dann machen wir das auch so, dass alle Currys keine Chancen haben. Wobei natürlich die Effekte dafür auch krass sind und viel mehr Lifestyle jetzt auch vorhanden ist. Alter! Ja, alles klar. Ja. Gar nicht spielen auf jeden Fall in der Städte. Getötet. Es ist so'n Witz, als wenn es am Ende noch Pokale gibt, die dafür noch gegeben wird, das ist ja scheißegal, wie viel Pokal. Aber das war allerdings doch auch so bei Mario Kart. Kein weiß. Ja, ja. Bestimmt auch wieder. Ja, ja. So, immer fertig. Toll. Toll.